willkommen zum zweiten teil von spintires multiplayer noch quatschen wir gar nicht lange rum schmeißen wir uns gleich ins getümmel viel spaß beim zuschauer mit den beiden chaoten warum bleibt stehen ja weil es nicht mehr weitergeht nach ohne mich würde es ja nicht auskommen mir ohne mich sogar jemanden zum anbuchen jawohl ich denke mal rechts vorbei ist am besten es sieht am breitesten aus ach sind zwei verkehrsinseln da regelt einer den verkehr da stoppen jetzt müssen wir mal gucken wo wir hin müssen schauen wir auf die karte außer schwarz sehe ich eigentlich nicht viel aber man könnte links eventuell versuchen ja rechts rum sich nur grün ach hast du da freigeschaltet aber wenn ich hier rechts rum vor meinem lkw sehe ich nur grün grün ist immer gut ja hier sehe ich eine straße oder sowas in der art eine wasserstraße euch denn mal etwas ja nachschub du ich habe immer ach doch mittlerweile habe ich vier schaden wahnsinn guck da fährt er ganz alleine da brauche ich gar nicht helfen und der tut immer so ist ja da tut du tust immer nur so als wenn man dir helfen muss das ist ja 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 das ist ja du willst ja bloß es sind ein du willst ja bloß gebünst werden ja ja bitte weiter ja tiefer ja fester härter ja gibts mir jetzt sieht es hier wieder aus als ob man da fest hängt eine interessante mischung aus nichts und gar nichts und schlamm so eine mischung aus geht nicht und geht gar nicht irgendwie habe ich mich da hinten ist was da ist was aber ich weiß nicht was und auch nicht ob es was ist aber ich muss mal ding nehmen du musst dein ding nehmen du kannst ja noch nirgendwann mal hinhängen ich steck fest steckst nicht drin er hat er sich eingebuddelt nimm nicht das falsche loch noch mal ein bissel ja kommt doch versuch es mit gemütlichkeit hab's das gefühl der lkw rostet hier vor sich weg wenn wir dadurch kommst du dann ohne kabine an cool ist es sogar dass sich die reifen verformen jetzt noch mal mit nachschub hier geht es rechts hoch aber ich glaube da komme ich nie im leben hoch da ist nämlich eine straße ja wohl kommt zurück geht es auch guck mal das geht einfachste jetzt wird lustig was ist jetzt los ein anfall von grip ein anfall von grip hast du dich vertan das war eine blöde idee warum ist nämlich nur wald ich muss erst weg warte moment 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 ich weiß nicht wo jetzt kann zu kommen deshalb geht das auch so leicht hoch weil es nicht weiter geht der wollte ich nur verarschen jetzt die frage wohin da ein stückchen weiter geradeaus und dann geht es glaube ich rechts hoch wenn ich das richtig sehe ja glückchen weiter geradeaus ist das grell machen wir in der licht aus im dunkel ist das schöner im dunkel ist gut munkeln kommen wir kurz schon ein bisschen fahr mal hinten rein schiebst du mich oder schiebe ich dich wo hast du jetzt hier irgendwas gesehen kommst du hier rechts hoch ist da was guck mal rechts halt mal steht rechts direkt rechts neben dir ja ich sehe da leider nix oder ist da nur weil ja weil jeder nur grün ist okay weil von hier aus ist doch so ein bisschen verdeckt da kannst du nicht weiter um die ecke gucken weiter weiß nicht was weißt du nicht ich weiß es auch nicht wenn du dich weißt ja ich weiß nicht ob wir da überhaupt weiter kommen ob man war gerade im kreis ein bisschen aber das dafür ziemlich gut warte ich nehme mal meine winde pass doch vor einmal schieben kaputt kaputt ich hätte ja nie damit gerechnet dass wir überhaupt so weit kommen irgendwie häng ich jetzt fest ich hab doch bestimmt vorne da sind wieder steine na toll ey ich wundere mich schon was hättest du denn nie gerechnet dass wir überhaupt so weit kommen da geht es weiter quasi ich sehe die straße und kommen nicht hin ich sehe hier nur steine ja 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 warte gleich da gleich ist papa da gleich hängt papa fest jetzt aber jetzt mit schwung jetzt reichte nicht noch mal mehr schwung viel mehr jetzt mit dem fahrer ungefähr jetzt mit ein bisschen pfeffer ja das war schon gar nicht schlecht erst wie hoch ist eigentlich dein schaden ist er höher mittlerweile 4 45 weil ich vorhin so gerast das ist aber schuld das fährt so schneller wie 3 km h das hast du davon da ist eine straße rechts direkt zu einem busch da ist eine straße da busch oh oh hänge ich auch jetzt gehts was irgendwie das ist doch bestimmt wieder ein stein nach vorne ein stein oder ramm stein ein baum super da hat man es gerne dann kann man sich noch nicht mal irgendwo ran hängen das nennst du straße wo wir hinfahren brauchen wir keine straßen die brauchen auch keine bäume noch mehr bitte also muss ich nochmal Anlauf nehmen es wird hell endlich sehe ich wieder was tatsächlich jetzt sitze ich fest noch ein bisschen mehr Anlauf jetzt aber jetzt aber jetzt aber na komm jawoll wenn ich erstmal roll dann ja nur ist er weg wo ist er nur ja nur ist er weg z ich hör's schon ich hör's schon aaa was macht's wieder zzzzzz treffer versenkt er neu aufnehmen ah wir haben was freigeschaltet wir sind da irgendwo durch eine Verdeckung äh bist du sicher hab ich nicht ja guck du mal auf die Karte nö kann das sein dass die einmal die kann das sein dass die ach so ein Moment da oben die Ecke war ja noch gar nicht frei doch oder wie kommt man jetzt da hin äh da dran zugelaufen zugelaufen seltsam äh Mati ist weg wo wir sehen boah was ist das denn hier für Nebel sah der aus ja brutal ist die kaum noch was für lauter Nebel gut gut dass du so einen großen Schein drum hast sonst würde ich dich ab boah jetzt habe ich aber voll an den Boden gesetzt ey eingesteckt äh ich bin eingesunken ach so soll ich da mal schienen oh ne fluss war ein scheiß Dreck ja stell dir doch vor bin ich dabei vielleicht jetzt geht's ab jetzt geht's ab jetzt geht's bergab ich schieb dich nicht ich schieb dich nicht ich schieb dich nicht ich schieb dich kaum noch zur Bremse das Land ist hier direkt im Fluss boah so nu noch den Salat ja rüber ist die Straße komm ich im Leben nicht rüber kannst du mir kannst du sagen was du willst ich weiß ich weiß noch nicht wie du da rüber kommst machen wir einen auf Orang-Utan wir handeln uns von Baum zu Baum ich gebe jetzt einfach Vollgas und fahr da durch ich fahr mir einen fest fahr dich nicht fest warte dann häng ich mich genau hinten an dein geröt geröt und schieb mal mit jetzt aber gib's ihm ja du musst auch fahren alter ich treib ab ich treib ab du weißt doch dass Abtreibung illegal ist ich treib ab Hilfe 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 es ist das es ist das es ist das wo willst du hin Hallo ich treib ab es ist die Strömung ach die Strömung was soll ich denn denn es ist das ach jetzt ist er eh kaputt LKW du hast doch kannst dich doch selber reparieren warte ich könnte dich ja rausziehen bitte bringt mir nix also unter Wasser ja ein bisschen auch nur ein bisschen warte mal kann ich dich anhängen nochmal ja mach mal so hast du eine Anzeige noch nicht bei mir dauert halt immer ein bisschen ich bin nicht so schnell und ich bin nämlich jetzt gerade reparieren aber ob das was bringt Nee, bist du sofort wieder kaputt. Echt nur ein Reparaturanhänger. Also gar kein Werkstatteranhänger. Dann hab ich doch gesagt. Hat der Anhänger den Kantenkanten? Anhängerpunkt hier? Doch, normal schon. Bieter Marty Winter an. Ja. Nehmen wir noch keine Anzeige? Nein. Jetzt doch zum Kotzen. Mann, mach hin, du scheiß Spiegel. Wir sind doch nicht auf der Kirmes hier. Du, da hinten ist aber irgendwas im Fluss. Da sehe ich eine Laterne. Im Fluss? Nein, drüber, also am Ufer drüben. Ja, hinten auf der anderen Seite, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Wie willst du denn da hinkommen? Guck dir mal den Fluss an. Ja, es muss, irgendwo muss es eine Stelle geben, da kommst du rüber. Ja, ich versuch nochmal. Gieß es jedenfalls nicht. So. Nimm doch mal an die Winde. Dann zieh ich dich raus und dann machen wir das anders. Ah, du bist doch zu tief im Wasser, ne? Auto dürfte nicht mehr laufen. Ja, ich könnte nämlich jetzt mal versuchen zu reparieren, aber ich glaube, das bringt nichts. Oder? Ich versuche einfach, ist egal. Für was schlepp mir das Ding denn dann mit rum hier? Jetzt, mach schnell, mach schnell, mach schnell, gleich ist er wieder kaputt. Du musst machen. Wo willst du hin? Dann wird er kaputt. Er ist kaputt. Du hättest, du hättest mal einfach die Winde bei mir anhängen müssen. Weil von meiner Seite aus geht das irgendwie nicht. Dann hätte ich dich erstmal rausgezogen ein bisschen. Okay, mach ich jetzt gleich, ich kann mich nur mal reparieren. Okay. Dann warte ich. Jetzt, nehm an und zieh mich raus. Angenommen. Bewegt sich was? Noch, noch nicht. Dann machen wir mal einen Schwung. Oh je. Und schon ist er wieder kaputt. Ich glaube, hier hängen wir fest, da geht's nicht weiter. Oh, der Hänger ist weg. Ich hab den Anhänger gelöst. Oh. Hätt dich fast rausgezogen. Mann. Jetzt komm ich auch nicht mehr an dich dran. Aber die Strömung ist einfach zu stark. Guck dir das an, wir werden da gerade abgeben. Hänger schwimmt. Der Hänger schwimmt. Der Hänger schwimmt schon, leider. Ich seh ihn nicht mehr, leider. Ich seh ihn leider nicht. War es denn, ein Hänger? Ja. Du hast ihn abgehangen und dann mach er weg. Wieso? Ach so. Er schwimmt gerade davon. Geil. Ja, und dich komm ich jetzt noch nicht dran an. Kannst du mich anhängen? Kannst du mich anhängen? Ja, ich versuch's. So. Hab ich angeboten. Ach gut, der ist eh kaputt, der LKW. Ist egal. Rausziehen kann ich dich immer noch, wenn ich jetzt schaffen würde. Aber du kriegst keine Anzeige, ne? Geht irgendwie nicht. Ah, der ist zum Kotzen, der satt. Das irgendwie mit der Internetverbindung zusammenhänge. Ja, denke ich mal. Sonst hat das immer eins zu eins ganz schnell funktioniert. Das ist ja eine Map mit so scheiß Fahrzeugen. Da hast du ja noch zwei Holzplätze. Gibt's ja nicht. Du hast noch andere Fahrzeuge, weißt du was? Wenn ich jetzt wüsste, ob ich da rüberkomme. Ne, da kommst du nicht rüber. Zumindest mal nicht hier. Ja, woanders ist es noch schlimmer. Das weiß ich. Ja, aber hier kommst du nicht. Hallo, ich bin mit dem Hänger nicht rübergekommen. Meinst du, was mit dem kleinen LKW von dir passiert? Er wird glatt weggeschwimmt. Das ist doch jetzt eh egal. Ja, treiben wir auch schon ab. Ja, irgendwie häng ich fest. Ich komm nicht voran. Jawohl, jetzt geht's ab. Der Hänger bewegt sich auch schon. Er geht gerade unter, der Hänger. Ja, aber jetzt ist er platt. Das war's dann. Ja, aber Hauptsache, man hört das Specht noch. Der hätte mal einen Baum fehlen können, echt? Der Motor ist hinüber. Ach, sag bloß. Ja, aber irgendwo muss es doch hier einen Übergang geben über den Fluss. Das bringt ja nichts. Wer hat sich denn so einen Blödsinn ausgedacht? Ja, die Russen halt wieder. Die Russen sind da. Ja, das war dann wohl das freuchtfröhliche Ende. Mehr feucht wie fröhlich. Sozusagen ist diese Folge dann ins Wasser gefallen. Jo, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht. So viel wie uns Spaß gemacht hat. Und vielleicht kommt ja nochmal ab und zu mal was Lustiges. Schauen wir mal. Jo, dann danke und ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.